hier ist wieder euer black daco xpx mit einem frischen neuen video das nächste video wird auch lustig natürlich von jackass und mein erstes video jackass mail in the face hat schon 102 video aufrufe ich bedanke mich und ich wünsche euch viel spaß beim folgenden film bis dann so Ja, das war er, der kleine Kurzfilm über meine Check-Ass-Kollektion. Habt ihr ja gesehen, in Zeitlupe bin ich da durchs Klebeband gerannt. Ja, geile Sache. So, wenn ihr dieses wunderbare Black Darko XBX-Projekt auf YouTube unterstützen wollt, drückt auf Abonnieren und schreibt mir Kommentare, Feedback und so weiter und so fort. Im nächsten Video werden wir tippen, und zwar die erste Bulletsliga. Der 19. Spieltag steht an und es sind gute Spiele dabei, also bis dann, euer Black Darko.